Willkommen zurück im eFolo Studio. Heute geht es um das eFolo Foto-Memo. Das einzigartige Memo-Spiel besteht aus euren 24 Lieblingsfotos und 48 Karten. Die Spielkarten sind 6x6 cm gross und werden in einer praktischen Box geliefert. Die Memo-Karten bestehen aus stabilen und langlebigen Halbkarton und sind sehr robust. Auf den Karten kommen eure Fotos dank randlosem Druck perfekt zur Geltung. Das glänzende Schutzlaminat lässt die Fotos in satten Farben strahlen. Ob für sich selber oder zum Verschenken, das Foto-Memo kommt immer gut an und bleibt ein Spielklassiker. Verewigt eure Lieblingstiere oder eure Lieblingsreiseerinnerungen und erweckt sich spielerisch zum Leben. Pass- und Gedächtnistraining mal anders. Ein Perfect Match, finde ich. Findet ihr nicht auch? Bis zum nächsten Mal.